Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Digis Adventure mit mir, dem Retro Gamer. Wir spielen das 88. Level von Ägypten, Magiers Zuflucht. Es ist zugleich das 10. Level in Bezug auf die Gottheit Saoth. Wir spielen das 8. Level in Bezug auf die Gottheit. Wir spielen das 8. Level in Bezug auf die Gottheit. Wir spielen das 8. Level in Bezug auf die Gottheit. Wir spielen das 8. Level in Bezug auf die Toilette. Wir spielen das weiterhin mit einem Hut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020